Wunderschönen guten Morgen, Freunde. Nochmal ein ganz herzliches Dank an Sevens Floor für die Einladung, an Silke und den Schlossverein für die Einladung. Und Silke und Gwit, wie gesagt, in 14 Tagen, also jetzt in 13 Tagen, stoßen wir nochmal auf euren Geburtstag an. Ich freue mich auf das Little Konzert dann bei euch. Ja, war wirklich ein schöner Abend. Äh, joa, hui, hui, hui. Wir haben noch gefeiert bis, ich weiß gar nicht, also bis nach Mitternacht. Also an der Parkwelle, bis die Parkwelle zugemacht hat und dann hier noch weiter gefeiert. Fleißig, fleißig und mutterfröhlich. Ja, und jetzt haben wir so 7.45 Uhr und ich bin schon wieder unter den Lebenden. Was mache ich hier eigentlich? Irgendwas mache ich richtig. Wir sehen uns, ich freue mich drauf. Schönes Wochenende. Also, wir sehen uns, wir sehen uns hier. Vielen Dank.